Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute bin ich hier in meinem Garten. Es ist sehr schönes Wetter. Ja, das Wetter ist herrlich. Was will man noch mehr sagen? Und, ja, marmel am Abend, Freunde, heute herrlicher Tag hier. Wahnsinn. Ist doch einfach nur gut, wenn man hier durch den Garten spaziert, bei diesem wundervollen Wetter, was man nur sagen kann, herrlich, prachtvoll, einfach super. Und jetzt gibt es für euch einen kleinen Film. Und dann sehen wir uns wieder. Ich und Armin sitzen hier vor einem Filmauto. Genau. Auf einem Filmauto eigentlich. Auf einem Filmauto. Und beim Marlen am Filmster Demo-Wee wollte ich euch kurz Armin zeigen nochmal. Und das Auto, was den nächsten in einem Film zu sehen ist. Ist schon zu sehen in einer Serie. Ist schon zu sehen in einer Serie in Bütenlandes. Niederländische Serie. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis dann. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. In Marlen am Abend. Ja, liebe Marlen am Abend, Freunde. Ich würde sagen, auch ich werde mich jetzt hier noch einmal hinsetzen. Oh, herrlich. Marlen am Abend, Freunde. Nun sitze ich hier auf dieser Liege. In Marlen am Abend. Marlen am Abend, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu Marlen am Abend. Ab 19 Uhr. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss. Da-da-da! Oh, no!